Dukes Tempel Wohlkommen, in der nächsten Welt gibt es einen Typen mit einem riesigen Eispalast. Der muss richtig Schatte haben. Darf ich euch mit einem bescheidenen Beleuchtungsproblem beherrlichen? Achso, haben wir das noch nicht wieder? Okay. Dieser antike Tempel umfasst einen himmlischen Schießstand, aber irgendein Teufel hat meine Oberfenster verdunkelt. Wäre es euch möglich, auf mein Dach zu klettern und die Fenster freizulegen, erscheint eine angemessene Aufgabe für Leute eurer Statur zu sein. Wir werden uns das mal anschauen. Jo, machen wir. Jetzt müssen wir, wie es aussieht, doch nochmal wiederholen. Das haben wir nicht gemacht. Wahrscheinlich dadurch, dass ich das Spiel verlassen habe. Ähm, etwas Schlimmeren bedecken. Fenster mit etwas Schlimmeren bedecken. Okay. Oh, Lely! Sowas macht man nicht. So, aber wir haben ja... Hier die Federn alle noch. Genau, okay. Das ist alles gespeichert geblieben. Das ist super. Hallo da oben. Oh, danke für das Licht. Ja, das hast du schon einmal gesagt. Wir werden natürlich deine ganzen Fenster freimachen. Bam! Aber danach gehen wir erstmal da hinten hoch. Da unten. Ja, da waren wir eben schon drin. Warte, können wir als Pflanze? Vielleicht... Ah, ich guck da gleich hin. Wir wollen hier nochmal ganz hoch. Oder ich will jedenfalls hier nochmal ganz hoch. Hier die Federn hatten wir ja schon. Achso, wir können ja nicht weiter hoch. Wie kommen wir nach ganz oben? Ganz oben war da auch noch was. Okay, so kommen wir da nicht hoch. Alles klar. Wie komme ich da hoch? Ich will da hoch. Mann! Da oben hoch. Da oben. Da sind auch noch Federn und alles. Was? Kann ich das hier übrigens... Wie kann ich das hier eigentlich? Irgendwas ist mit diesen... Oh Gott! Pflanzen falsch. Und die Pflanze können wir doch locker auch als... Okay, nein. Wieso aussieht da wie nicht meine Hitbox? Okay. Dann... Gehen wir jetzt dieses Minispiel machen. Dieses Schießspiel. Was auch immer das ist. Mal schauen. Duke's Temple. Hallo. Oh, danke, dass ihr die oberen Fenster freigelegt habt. Ah, kein Problem. Wir haben die Drecksarbeit erledigt. Das ist ja mit dem... Mit dem Patty. Was? Ich soll euch mein feines Papier geben, sodass ich bei einer Notdurft auf die hiesige Fauna zurückgreifen muss? Ah, wohl kaum. Okay. Aber die Idee eines sportlichen Wettbewerbs sagt mir zu. Ich schlage vor, ihr stellt eure Zielgenauigkeit unter Beweis. Ich stelle die Ziele zur Verfügung auf Grundlage meiner Neandertal, Brüder. Und ihr nehmt sie unter Beschuss. Wenn ihr trefft, überlasse ich euch den Patty. Wie wär's? Habt ihr Lust, an meinem Schießstand ein wenig knallen zu lassen? Ja? Äh, klingt gut. Schießen wir los. Ah, sehr schön. Stellt euch auf das Extra-Ziel, das ich niedergelegt habe. Und vergesst eure Munition nicht. Wenn ihr die gemeinen Bestien niedermötzelt, belohne ich euch mit dem Patty. Äh, wie könnte ich nochmal schießen? Ne. Äh. Äh, Spielstand anschauen. Ne, das sind nur die... Ah, das sind die ganzen Sachen, okay. Im Hybrid House gibt es 20. Oh, und nur 10 Federn. Alles klar, die hab ich ja schon. Alles klar, cool. Gut zu wissen, was es da alles gibt. Äh, Stammblock-Tropen? Ja. Äh, kann ich mir irgendwie... Sichtempfindlichkeit? Was macht die Sichtempfindlichkeit? Äh? Ah, das ist, wie schnell sich die Kamera dreht. Okay. Ne, da finde ich das Schnellere schon besser. Nicht ganz schnell, aber so. Ja. Ähm. Wie schieße ich denn nochmal? Äh, ich muss Drauzer aufsuchen. Drauzer erklärt mir das alles. Scheiße, wie schieße ich denn nochmal? Mensch. Ähm. Ich glaube, das ignoriere ich aber erstmal. Machen wir das später. Denn ich konnte hier... Hier hinten, genau. Hier zu diesen Statuen. Wie kann ich jetzt da wecken? Ja. Hallo. Da ist noch eine. Nein! Ich bin runtergefallen. Okay, jetzt ist es aber sichtbar. Genau. Wo ist jetzt eine? Wahrscheinlich auch wieder hier drin, ne? Da oben ist sie. Okay. Super. Hallo. Wuhu. Pagy. Geil. Schöne Sache. So, was wollte der hier denn haben von uns? Kann ich dich nicht auch sagen? Nee. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zu Drauzer. Wir müssen... Vielleicht müssen wir dem auch irgendwas... Irgendwie so eine Pflanze oder so im Mund schießen. Das klingt voll komisch, aber... Ja. Hallo, Drauzer. Ja, alles gut. Äh. So, Nachschuss. Schießen, Nachschüsse. Nein, ich muss jetzt zeigen. Schlürf, essbare Objekte. Ah, mit B, ne? Mit B kannte ich dir... Ach, genau. Okay, Moment. Ich will nochmal hoch. Hast du es noch aktiviert? Okay. Cool. So, oh lol. So. Wie viele kann ich denn davon... ...haben? So, wie schieß ich die jetzt? Mit... Mit... Ah. Ich weiß halt nicht, wie viele ich davon... ...haben kann. Aber okay. So, wenn ich dem jetzt irgendwie... ...ähm... ...so eine Früchte gebe. Ah, ich kann... Okay. Ich schieße sie erstmal so normal. Bam. 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 Das sind noch mehr Pflanzen, ich sehe es. Aua. Okay, ich verliere sie sofort. Aber dann muss ich nur einen... ...essen. Und hab dann... Warte mal. Ich weiß es nicht. Mann. Hey. Hier. Juhu. Oh, das hat wirklich funktioniert. Oh, vielleicht muss ich so auch den... Ah, Moment. Vielleicht muss ich so... ...och den da hinten einsammeln. Hier... ...hier war noch einer. Genau. Jetzt hab ich aber keinen mehr. Hier war irgendwo. Ich will den haben. Warte mal. Ah. Oh. Uh. Oh. Das ist... Hm, hm. Interessant. Genau, da oben will ich hoch. Da hinten. Hinten. Halt. Wins. Echse. Der große Rampo hat keine Dresche an deiner Haustür... ...deinen Haustürgeschäften. Geh da oben, sonst bist du dem Untergang geweiht. Dö. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Okay. Was ist hier? Oh, ja. Aua. War ja klar, dass ich mich davon treffen lasse. Geh weg, danke. So, wir wollen da oben hoch. Zu Rampo. Okay, oben rüber springen kann ich nicht. Äh. Ah. Okay, rüber gesprungen, nice. Ja, das ist ein bisschen das Schwert, ne? Geht gern mal. Danke. Danke. Oh Gott. Einer mit der Mütze. So, und von hier aus kann ich doch jetzt... Locker da hoch. Ja. Hat funktioniert. Sehr geil. So, und jetzt... Hier sind noch ein paar Schmetterlinge, die ich gern haben will. Der große Rampo. Alter, kantiger Steintyp. Der große Rampo braucht keine Doppelver... Was? Doppelverglasen Fenster. Ihr sterblichen Verkäufer. Äh, wir verkaufen keine Fenster, sondern jagen Pages. Ich bin die Joker und das hier ist Layl. Der große Rampo erkennt Klinkenputzer auf den ersten Blick. Ja, ihr beiden geht allen Charakteren dieser Insel mit euren Angeboten auf die Nerven. Tumme gar nicht. Macht euch bereit, von meinem... ...alt hergebrachten Neigungskräften... ...bestraft zu werden, ihr lästigen... ...Glasshaustiere. Okay. Gehen wir mal... ...erst mal das hier alles. Genau. Uiuiui. Okay. Das ist ja einfacher als erwartet. Au, nein! Au. Okay, jetzt sag mir mal, wie ich da hochkommen soll. Kann ich das... Moment. Das war scheiße! Ach kacke. Nein, ich komm hier als er... Nein! Oh man! Oh man! Okay, nochmal den ganzen Weg gehen. Soll ich vielleicht nicht so... Was ist hier? Da haben sie Pages! Äh, Federn! Da ist nur... Ach so, das ist die Dings, wo drauf die Wand steht, ne? Aber ich hab hier Federn... ...die ich noch nicht eingesammelt hab. Wie kann ich das wagen? So, wie viele Federn... Genau. Äh, Spielstand anschauen. Äh, Federn im... ...Stammblocktheater. Okay, uns fehlen jetzt noch 90 gleich. Jetzt fehlen uns noch 90. Das heißt bis 120. Okay. Merke ich mir. Ich sollte... ...das machen. Huh! Ist doch knapp. Einmal das. Danke. Ah, das war doof. Ich dachte, ich schaff's vielleicht noch, aber... Nein, hab ich nicht. Juh! Okay. Kann ich nicht? Ja, das kann ich! Wow! Warum hab ich das vorher nicht gemacht? Okay. Ah, komm! Verdammt! Und zack! Ich wette, wir haben jetzt da oben auch noch... ...die Federn, weil wir die nicht eingesammelt haben, oder? Zählen die als einges... Ach, die zählen doch als eingesammelt. Okay, cool. Okay, cool. Gib mir mal... Ja! Das haben wir eben schon. Oh, nicht schon wieder! Ah! Okay. Zack! Also ich muss auf der Seite... ...oder von der Seite hochrollen. Aber ich lass es, glaube ich. Lieber nicht, dass ich nochmal in den Tod stürze. Huh! Nein! Wann hoch? Okay. Ich roll langsam hoch. Dann sollte das hier keine große Herausforderung sein. Ich komm hier ja gar nicht hoch. Doch, komm ich! Ja, das trifft mich von hier! Ach, lol! Zahn! Ja! Das ein... ...einnehmende Lächeln der großen Rampo. Das große Rampo ist dahin! Ah! Hat er uns echt hier runter... Na, lol! Hier sind ja doch Dinger! Huh! Der Anfang des großen Rampo steht nur eingeladenen Gästen zur Verfügung. Haltet euch fern! Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ich bräuchte mal ein paar Schmetterlinge. Na, egal. Ähm, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Huh! Huh! Okay. Eine Welle warten wir nochmal. Genau! Auiuiuiui! Nein! Das war so dumm! Nein, das war so dumm! Oh Gott! Ist das jetzt deine Ernte? Oh! Ja! Ja! Gib mir die! Ja! Ah! Gut! Ich hab wieder Leben! Alles klar! Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht! Okay! Huh! Ich kann da ja rüberhüpfen! Warum? Das war dumm! Das war super super dumm! Ohioioioioio! Und rüberhüpfen! Und rüberhüpfen! Was?! Oh Mann! Okay! Wieder so! Okay! Alles klar! Nochmal warten. Hopp. Okay. Yes. Huck, aufhören. Der große Rambo hat noch offene Zahnarztrechnungen. Nein. Okay, da muss ich jetzt. Aua. Huck, mal sehen, wie ihr damit klarkommt. Ihr Sterblichen. Lagegeister. Lass mich weg hier, sonst werde ich getroffen. Okay. Ich glaube, wir sollten auf... Nee. Oh. Huh. Huh. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Yes. Oh nein, er soll... Feuer. Ach, komm. Natürlich. Da kann ich ja nichts machen, wenn ich kein Leben habe und runterrutsche. Ich kann ja während des Rutschens nicht springen oder rollen. Ach so. Ah, cool. Wenn ich hier drin sterbe, komme ich auch hier wieder hin. Okay, das ist wieder... Das ist natürlich wieder was anderes. Dann ist wieder alles okay. Oh nein, ich muss... Oh nein, ich muss das alles in einem Rutsch schaffen. Echt jetzt? Wenn ich jetzt mal... Danke. Au. Was? 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 Wie bin ich... Was? Oh nee. Nee. Das ist nicht dein Ernst. Ich will da nicht nochmal hochklettern. Oh man. Ist jetzt nicht dein Ernst. Kann doch nicht wahrsteinen, ey. Kann doch nicht wahrsteinen. Nein, das ist nicht... Okay. Und nochmal. So, jetzt schaffen wir das aber. Komm schon. Zack. Warten. Und losrollen. Zack. Okay. Einmal das. Ach komm. Okay. Ich nehme jetzt extra Schaden. Damit ich den ganzen Weg nicht so... Für den ganzen Weg nicht so lange brauche. Okay. Und zack. Und zack. Alles klar. Da waren Holzsplitter. Uh. Gegner. Als ob du mehr Schläge brauchst. Ah. Okay. Haben wir? Haben wir. Ach Gottchen, nee. Ja, wir sind zurück. Ja, wir sind zurück. Okay, erstmal den. Und ein bisschen Energie brauche ich. Mehr Energie. Danke. Geh. Au. Nein. Ja, ich habe den ersten getroffen. Wie auch immer ich das hier... Dem jetzt ausweich. Shit. Ach, rüberspringen. Okay. Ja, gut. Das geht. Das ist alles klar. Okay. Bam. Okay. Ich darf mir nicht nur... Ich will dafür mehr als nur ein Page hier haben. Ach, komm. Das war jetzt echt gemein. Ich wurde aber gerade fast von so einem Viech getroffen, ey. So. Zack. 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 Nein, was? Oh, lol. Ah. Okay. Ja. In einem Turn. Turn.